Herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialfolge von Hidden Agenda, in der ich ein paar Sachen anders probieren werde. Es gibt auf jeden Fall viele Wege, wie sich das Spiel lösen lässt. Dazu am besten selber spielen. Aber hier will ich jetzt nochmal ausprobieren, was ist, wenn Becky weiterhin in Verdacht gerät. Wow, wirklich gute Arbeit, Becky. Mann, ich wünschte nur echt, du hättest dir die Erlaubnis von Riggs geholt, bevor du zum Tatort bist. Und hier seht ihr schon, durch unterschiedliche Entscheidungen sitzen wir hier mit Tom. Du hast recht, entschuldige. Es macht alles schwieriger. Aber ich glaube, Riggs hätte mich nicht gehen lassen. Und ich musste es mir nochmal ansehen. Der Typ aus dem Video, mit dem Pulli, den habe ich vorhin verfolgt. Der Trapper und das Callgirl hängen zusammen. Bist du dir da sicher? Ja, ziemlich sicher. Was heißt das? Sie lockt sie an, tötet sie und er stellt die Falle? Hm, wo ist das Callgirl hin? Ja, wo ist die? Eins ist mir nicht ganz klar. Wo ist das Callgirl hin? Sie geht ins Bad und der Typ mit Kapuze kommt wieder raus. Danke. Als Calvary vor fünf Jahren im Trapper-Fall ermittelte, war er in einem Punkt leider blind. Prostituierte. Das erste Ziel. Der Bestatter. Traf ein Callgirl in der Nacht seines Todes. Und Calvary wurde von einem Callgirl getötet. Oder jemand, der sich so anzieht. Und wenn der Trapper seine Opfer mithilfe eines Callgirls an einen vorher bestimmten Tatort lockt? Ach, ich... Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Es ist, als wären alle hinter mir her. Du brauchst etwas Abstand, Becky. Du bist zu nah. Es passt nicht. Würdest du dir bitte die Beweise ansehen, verdammt nochmal? Oder der Trapper arbeitet mit Daniela Cadenius. Und sie war die Prostituierte bei Calvary. Wir suchen schon nach ihr. Wenn sie hier ist, finden wir sie. Vielleicht hat Finn recht. Und Adam Jones steckt wirklich hinter all dem. Aber wenn er wirklich hinter all dem hier steckt, wo ist er jetzt? Oh, Mann. Es ist spät. Sag das doch morgen früh dem Sarge. An deiner Stelle würde ich heute nicht mehr viel trinken. Wow. Danke, Mom. Wenn wir trinken, vielleicht hätten wir das jetzt mal ablehnen sollen. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt leider... Hallo? Ich hab Adam Jones. Finn? Wo sind Sie? Ich steh vor seinem Haus. Hab doch gesagt, ich find ihn. Ich steh gerade vor seinem Haus. Was? Wo? In der Stadt? Ja. Haben Sie mit ihm geredet? Ich bin ihm gefolgt. Hat mich nicht gesehen. Eine Frau ging vor einer Weile aus dem Haus. Jetzt ist er allein dort drin. Welche Adresse? 1712 Alameda Road. Ich hab jetzt natürlich wieder getrunken. Und wenn wir trinken, dann werden wir auf jeden Fall entfüllt, glaube ich. Wir können das aber halt auch abheben. Dementsprechend. Hey, Lana. Check deine Mails. Was? Oh. Egal wer das war, es spricht dafür, dass Marnie Calvary umgebracht hat. Und nicht nur Calvary. Hör die Aufnahme an. Unglaublich, wie diese blöde Marnie ihr Maul aufreißt. Wir müssen aufpassen, sonst lässt sie die ganze Operation platzen. Was sagt sie? Sie hat mich bedroht. Uns. Uns alle. Sie ist außer Kontrolle. Jemand hatte das jahrelang in seinem Besitz. Hast du die Stimmen erkannt? Nein. Sollte ich? Es wurde bestätigt. Es sind zwei der Officer, die der Trapper getötet hat. Verdammt, weißt du? Was? Marnie verhält sich wirklich seltsam. Ich sag's nur ungern, aber es passt zusammen. Ja, und hier läuft jetzt wirklich alles darauf hinaus, dass Marnie angeblich der Killer wäre. Wir haben kein Alibi. Wir sind Simon nicht auf die Schlüche gekommen zu diesem Zeitpunkt. Und so weiter. Also, jetzt versuchen wir natürlich hier, sie ins Fettnäpfchen zu reiten. Ich habe jetzt hier mal ein Schnitt gesetzt und ein paar Sachen übersprungen und den Richter auch noch gerettet. Und jetzt kommt die Flucht aus dem ganzen Laden hier. Fünf Anrufe in Abwesenheit. Tom Nelson. Hey, Becky, wo bist du? Oh Gott, Tom. Hast du ihn wirklich entführt, Richter Vanstone? Es hieß, du bist im Elliot Hotel. Wir stehen davor. Jetzt gerade. Ich bin im Hotel, aber... Sie müssen mir helfen. Bitte. Becky, bleib da. Wir kommen rein. Scheiße, wir müssen abhauen. Das wird nicht besser, wenn wir jetzt da bleiben, oder? Bombenräume. Becky Marnie. Elliot Hotel. Hey, nur nur 52. Und jetzt kommen sie. Die SWAT-Einheiten. Die Spezialkräfte. Können wir fliehen rechtzeitig? Die Frage stellt sich mir jetzt natürlich und euch sicherlich auch. Wir müssen da weg. Wir können da jetzt nicht warten, oder sowas. Das wäre eine dumme Entscheidung. Oh mein Gott, wie kommen wir jetzt hier noch raus? Und eine Lösung muss es ja auch hier geben. Fliehen. Fliehen. Wir fliehen. Wir fliehen. Halt. Halt. Halt, Gottverdammt. Jetzt! Ich weiß, wie das aussieht. Man will mich reinlegen. Vertrauen Sie mir. Wir hauen ab, oder? Der schießt uns eh nicht. Oder? Der Riggs ist unser Freund. Der wird uns nicht töten. Wir fliehen. Knappe Nummer. Hier schnell flüchten. Komm, weiter, weiter. Kanaldeckel. Erfolgreich geflüchtet. Also man sieht, auch die Flucht gestaltet sich jetzt wirklich ganz anders, wo wir jetzt hier die gute Becky wirklich in den Mist geritten haben. Finde ich nicht schlecht gemacht, weil man so sieht, dass es auch unterschiedliche Wege gibt. Ich werde jetzt hier nicht alle ausprobieren, aber vielleicht hier den noch. Mal probieren. Okay, okay. Ganz, ganz tief durchatmen. Okay? Nein. Nein, nicht tief durchatmen, Felicity. Ich werde reingelegt. Und jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt bin ich von einem Tatort geflüchtet. Hören Sie, ich bin auf Ihrer Seite, das wissen Sie. Aber Sie müssen sich stellen, okay? Wissen Sie was? Sie müssen sich nur stellen. Und wieder zwei Auswahlmöglichkeiten. Was ist uns entgangen? Die nehmen mich nicht fest. Ja, wir machen mal erst nur die Frage stellen, vielleicht bevor wir uns entscheiden. Oder ist es jetzt hier Entscheidung? Ich dachte, wir könnten das knacken. Verdammt. Was ist uns entgangen? Ah, das war schon eine Auswahlmöglichkeit, jetzt eine komplette Shit. Ich dachte, das wäre das Ende. Hätte ich jetzt gerne noch die Flucht eigentlich gespielt weiter. Naja, das war auf jeden Fall jetzt das Ende, wo sie aufgibt. Und da bin ich ja auch mal gespannt, wie das jetzt endet. Ich kann jetzt das andere leider nicht mehr zeigen, weil da muss ich wieder von ganz, ganz vorne spielen. Aber ich denke mal, ich bin gespannt jetzt hier auf dieses alternative Ende. Vor einigen Stunden ist Richter William Vanstone aus seinem Haus im Osten der Stadt entführt worden. Er wurde bereits gerettet und erholt sich im Kreis seiner Familie. Kurz darauf ergab sich Detective Becky Marnie der Polizei und wurde verhaftet. Sie widersprach jeglichen Vorwürfen, gilt aber sowohl im Vanstone-Fall als auch für den grausamen Mord an Detective Jack Calvary als dringend tatverdächtig. Unbestätigten Berichten zufolge war möglicherweise Detective Becky Marnie an der Flucht des verurteilten Serienmörders Jonathan Finn beteiligt. Jonathan Finn wurde verhaftet und unterstützt unseren Berichten zufolge die Polizei bei ihren Ermittlungen. Es heißt, er habe bei der Identifizierung Hillarys als Verdächtigen eine Schlüsselrolle gespielt. Die Ermittlungsarbeiten dauern an. Soeben verlas Sergeant Riggs vor Vertretern der Presse eine kurze Erklärung. Wir können bestätigen, dass Becky Marnie unter Arrest gestellt wurde. Das ist derzeit alles. Danke. Ich weiß nicht, ob Detective Marnie der Trapper war. Kann's nicht beweisen. Aber sie hatte ein Motiv. Gelegenheit, vielleicht. Es kommt wohl darauf an, ob ich ihr vertraue. Das frage ich mich nun schon ziemlich lange. Sie sagen also, dass Marnie Ihnen half? Ich sage nur, was passiert ist. Glauben Sie, es könnte möglich sein, dass Sie an einer Art multiplen Persönlichkeitsstörung mit? Sie denken, sie war verrückt? Gut und böse zugleich? In dieser Stadt ist alles möglich. Ich habe Ihnen schon alles gesagt, was ich weiß. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich wollte nicht, dass das passiert. Nichts wird mir meine Schwester zurückbringen. Kapieren Sie das? Also ja, Marnie hat ihre Spuren sehr gut verwischt. Sie war Polizistin, also kannte sie unsere Denkweise sehr genau. Nach meiner Expertenmeinung werden wir das ganze Ausmaß von Marnies Betrug wohl nie erfahren. Sehr intelligent, manipulativ. Dazu bereit, jeden auszuschalten, der ihr im Weg steht. Besonders die, die ihr vertraut. Aber hey, wenigstens kann sie niemandem mehr wehtun. Es war immer etwas komisch mit Marnie. Man konnte ihr nie trauen. Ich wollte ja, aber sie hatte, ich weiß nicht, Probleme? Was denken Sie über Detective Marnies Prozess? Ich hoffe, sie kriegt, was sie verdient. Wieso taten Sie es, Becky? Sie zahlen für Ihre Verbrechen. Auch die Welt wird ein Stück sicherer sein. Was für ein mieses Ende jetzt hier für Becky. Boah, ist das fies. Also aufgeben lohnt sich überhaupt nicht. Lass euch das gesagt sein. Und ich bin gespannt, wie ihr euer eigenes Spiel spielen werdet. Auf jeden Fall war es das soweit von diesem Hidden Agenda. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr tatsächlich noch mehr sehen wollt und immer noch nicht genug habt. Aber das ist auf jeden Fall interessant, dass es hier so viele verschiedene Enden gibt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch noch einen superschönen Tag. Wow, Sie müssen ein Riesenrattenproblem haben. Mhm. Mhm. Pawio City. Jede Gangs� Jede Gangs Jede Gangs Untertitelung des ZDF für funk, 2017